Das hab ich geklaut, als ich gefangen genommen war. Stimmt, das war mein Fluchtschiff. Aber ich bin falsch, steh ich gerade. Wir müssen nämlich da hin. Oh, was ist denn das da? Ne Piratenbrick. Das wär geil, die greif ich an. Die haben keine Verbündeten, die Piraten. Was ist das da hinten? Piraten gegen Piraten. Noch einen Piraten. Oh. Aber den 17-2 könnte ich eventuell knacken. Lalalalalala. Lass mal das Stau, äh, das Rad los. Geil, das passiert denn gar nichts. Das ist nicht, wenn das okay. Aber nur bei Sturm. Hm. So hoher Wellengang. Ich glaub, das werd ich genießen. Wuuuuuuhu. Bam! Boah, das war ja echt schwer. Ach so, das sind Piraten und... ...normale Leute. Ach so, die Piraten haben gerade einen Überfall geplant. Stürb mich aber nicht, dann hol ich mir die Piraten auch noch. Wir zeigen dir mal hier, der richtige Herr auf der See ist. Oh ja. Jetzt kommt hier, Jack Sparrow. Duh-Duh-Duh-Duh-Duh-Duh-Duh-Duh-Duh-Duh-Duh-Duh. Nicht auf Verbündeten schießen? Ha-Ha. Ach, Piraten sind meine Verbündeten. Alles klar. Na dann helfen wir denen doch. He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He. 23 mögst du das auch alleine wenn es alleine bleibt dann ja ansonsten noch ein mobiler es sind zwei ok weg hier auf zu einer beute noch ein bisschen verbeutet und haben es geschafft ja dann versuchen wir einfach zu fliehen ja und das schiff noch schnell einnehmen was sie können dass wir an einem konflikt nicht verlassen sein wann denn das bitte oder natürlich alter zu entern erst halte ging gerade aber nicht stand daneben ich kann es nicht verlassener als konflikts loskommt das wird ein echt heftiger kampf ich versuche es einfach mal zum runden weil so schnell ist es nicht ich darf bloß genau das darf nicht mehr sein oh mein gotter alter ich glaube jetzt hast du deinen Beutel schon vernichtet das ist nicht schlimm ich kann es auch zum einsammeln kriege ich halt bloß nicht so viel davon aus die habe ich gerade gerettet die die mehr komerlos woher die die so helft es unten bei uns allerdings auch vor nicht er drei beiden guck mal da ach so ja oh mein Gott oh mein Gott oh ja das war nicht schlecht ich bin wirklich gegen den Level 23 23 auf nur wenn er jetzt alleine ist was nicht mehr lang der Fall sein wird ich glaub sie haben das Piratenschiffblatt gemacht oh mein Gott alter das sind sieben Schiffe der Rose oh mein Gott alter ey wie soll ich denn das fliegst du jetzt? ne ne ich versuche nur zu drehen will die anderen Schiffe mich nicht erwischen wir sind zu nah dran Captain bring uns weg Feuer das verdrehen mega böse Enden ich glaub das schaffst du eher nicht wenn ich das eine noch kriege dann schon weil dann könnte ich mich nur mit dem mit dem Rohstoffen die aus dem einen Krieg ausrüsten um die anderen Blatt zu machen Feuer haaaaaaah alles getroffen? mhm ein bisschen Feuer mit dem Feuer noch das ist ein Feuer noch mal Feuer ten ein wir sind ein ist das machen alle Feuer das war schlecht ich habs geschafft ich habs tot Feuer Feuer! Ein Schott, haltet euch fest! Und? Entschuldigung, das ist grad so leise. Die Wobbys redet ja auch nicht. Ja, ich bin grad fasziniert. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss sagen... Weißt du, wir sind schwer besoffen? Kein Wunder, dass ihr verliert. Ihre Kanonen, bleiben weg! Framst du das jetzt? Wir bereit machen den Aufstand! Wir liegen bei Delvey, Captain! Verdaube! Die Können das Bruder bei... Ja, okay, gut. Das war also... Ja, das ist etwas in die Hose gehört. Ja, also, keine Ahnung, in der letzten Aufnahme hab ich das auch gemacht. Da war ich mitten in der... Da hatte ich ne große Mission, da hab ich auch mitten in der Mission hab ich dann angefangen Schiffe zu plundern. Damit ich mich während der Mission über Wasser halten konnte. Das hätt ich das nie geschafft. Sieg mir nützt mich grad, dass ich das ja nicht hinkriege. Allerdings hab ich dagegen ne Geschütz... Alter Schwede, was ist denn... Das... Oh oh, weg hier! Was ist denn das? Da sind Mördergranaten! Fuck off, raus aus dem Wurkenkreis! Oh... Alles schön. Lass dich mal erwischen! Nein, lass ich nicht! Nicht gucken! Besiegst du dir? Die besiege ich ja. Aber hier will ich gar nicht... Nee, ich mein diese... 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 Insel oder was das war. Wenn ich mir Mühe gebe, kriege ich... Also einmal hab ich's hingekriegt... Einmal aber auch nicht. Komm mal an... Ich glaub die Inseln haben auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Aber... Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Schiffen, die alleine sind. Aber... Hab ich halt irgendwie kein Glück. Darum fahr ich jetzt einfach mal weg. Das ist auch ganz schön... Nass hier überall, würd ich grad sagen. Jaja, mehr ist nass. Es ist ganz schön, äh... Stürmisch. Stürmisch heute. Stürmisch. Wollen wir ganz kurz gucken, wo wir hin müssen? Ach, wir müssen in die Bucht hier rein. Okay. Ah, das heißt wir müssen ja sogar hier an der... Ah, wir müssen hier sogar vorbei an dem Ding. Na, viel Spaß. Einfach nur gerade durch. Ne, hab ich auch vor. Ich halt bestimmt nicht an. Feuer! Feuer! Komm schon! Hebt den Befehl! Feuer! Ja, nicht schlecht. Lassen Sie dafür bezahlen! Komm schon! Feuer! Käpt'n, ein paar Treffer hier und sie bricht! Sind bereit, Sir! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Käpt'n! Feuer! Uff, noch mal gleich. Huch, wo kann ich mich reinhauen? Ich glaube, es ist intelligenter, wenn ich aber weiter mache. Auch wenn ich die Typen... Jetzt kommen die Mörser. True Mitglied gerettet! Oh, oh! Feuer! Nein! Oh, oh! 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 Und zumal er steckt. Das Rate ist zweifelig mit Nimm das �etide! A du hast keinen Fall! Ach Knock者, mach den gusta! A du kannst da auch nicht zusammen! Der Kopf. Ja Acti, die London. Teil ist hinter Siegeлемleen! empfindlich so weil ich gesunde Horen habe ne ich habe gerne sehr laute Musik um mich um das Spielgeschehen einzufinden das hat nicht mit dem empfindlichen Horen zu tun ne aber da bin ich auch der Meinung, dass die Musik auch nutzt in den Spielen mitgehört das hole ich mir jetzt an jetzt habe ich es jetzt zeige ich dir mein Blunder ne ist nicht tot ja komm her, komm her so, jetzt haben wir keine Ordnung keine Leute von mir sterben so hallo Stubb mit der Arme so und Epworth, komm hier rüber ja das war ja so eigentlich nicht gebladen aber auch nicht schlecht hallo ich hatte es nicht, wenn er nicht das, was ich meine wuuh, gute Nacht, eh, ich müsste mal einen Schritt auswählen ja, jetzt habe ich es okay es sterben viele Hölle von dir während du das machst deine Grimmitglieder können bei Kampfschlachten, bei Bordschlachten auch sterben was hast du jetzt mit den Gefangenen gemacht? äh, du hast drei Möglichkeiten, entweder Jackdor reparieren, Bekanntheitskraft verringern oder in deiner eignen Flotte aufnehmen das gesamte Schiff aber ich repariere meistens über die Jackdor so, ich bin keiner, das ist mir egal BAM komm her, los, komm her also, das Maximalste, was du jetzt hattest, war ein 15 beim Endverlust dann war das ein, wer will, Feier, ein Eingang, das war eine Galleone, das ist ein Schifff da wow, 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 das war jetzt mega dumm ich stehe mitten im Mörserbeschuss Jeehohooo raus hier die Musik sorgt echt dafür, dass du dich da in das Spiel reinversetzen kannst ja, auf jeden Fall, ich liebe die See Melodie ich bin so schade dass die leute so ein bisschen leise singen auf dem schiff dass das könnten so ich muss lauter machen könnte ich glaube jetzt sind lieber nicht jetzt nicht aber sonst immer so dass wir den typen hier und dann ich weiß nicht ob ich wollen kann aber ich besuchst zumindest siehst du das verstehen jetzt gar nichts zum beispiel wo ich trotzdem in der kampf bin ich glaubt weil das ja so kleinere sind jetzt mal schießt man nicht diesmal jeha nein trotzdem nicht geschafft das ist wieder so in ellen ich hasse ich hasse sowas das bin jetzt auch schon mal gestorben weil natürlich einfach nicht an bord kommen lassen hat intelligent wie intelligent ja kennt ruhig weiter doch gar nicht so dass ich eventuell komm her los ja hier kommt auch zeigt die mensch ich habe keine lust war auf was zu denken zumindest momentan noch nicht ich hab geblockt halter hat er dich vernichtet ich stehe hier blocken blocken bombe ja ok gut ja aber wie er ausgeholt hat hast du es gesehen wie ein king er hat bestimmt so übel zu bizeps gab es war unmöglich da das schwert ein zwei teile zeichnet einfach nur hat ich allgemein verhexelt so jetzt reicht es aber jetzt gehe ich zur quest weil es ist mir zu blöd gerade ich bin sowieso dass mein schiff moment gebiet noch nicht verfügbar ja ich weiß ich bin sowieso dass mein schiff momentan noch viel zu schwach ist deswegen gehen wir lieber zur quest und machen was ordentliches wir wollen das player und bis er vorankommen so singst du dich mit ich doch singen ordentlich kann ich doch singen wie ein pirat level 29 das sieht schon groß aus ich bin immer noch im feindes gebiet He 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 hee Ich bleibe nur nicht durch hier, ja Da vorne sind auch wieder Feinde Jo ich weiß, ich fliege jetzt einfach komplett durch die Feinde Wow Das ist ein Konvoi Jetzt ist die Möglichkeit wieder weg, hä Ne ne, da ist er da ist klar was für ein Schiff das für ein Level ich will nicht mit euch kämpfen, ich wollte auch noch hier durch ich kann nichts dafür, dass ihr nicht sägeln könnt meine Fresse immer lächst du dich mit euch teilen weil die genau neben mir schwimmen das ist wie beim Schacht das fährt er mir voll rein